Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 6. So, hallo liebe KiCat-Freunde, bevor wir richtig in das ganze Thema KiCat einsteigen, hier noch ein ganz wichtiger Hinweis. Der richtet sich vor allen Dingen an KiCat-Nutzer, die bereits mit KiCat 5 gearbeitet haben. Und in KiCat 5 hatten wir ein File-Format und ich habe jetzt hier mal geöffnet das File-Format von den KiCat-PCB-Files. Das sind die Files, also mit denen die Boards erzeugt werden, die Platine an sich. Und wir sehen hier dieses Format, das ist dieses sogenannte S-Expression-Format. Das war also bei 5 und beim 6 im PCB gleich. Das sehen wir jetzt hier, aber wir sehen jetzt hier mal, ich mache mal zu, ich habe hier mal zwei Schaltpläne geöffnet. Also, naja, gut, das war jetzt nur einer. Okay, kein Problem, dann machen wir den nochmal auf. Wir sehen jetzt hier im linken Projekt also einen KiCat-Schaltplan im Dateiformat der Version 5. Und ich gehe nochmal hier in den KiCat-Ordner KiCat 6. Ich nehme jetzt mal hier ein Projekt, irgendein Projekt und öffne mal hier den Schaltplan. Wir sehen, hier hat sich schon die Dateiendung geändert. Ich mache das mal ein bisschen größer. Vielleicht sieht man das hier ein bisschen besser jetzt. Das KiCat-Format heißt jetzt hier, oder die Schaltplan-Datei hat jetzt die Dateiendung KiCat-SCH, so wie das PCB. Das war früher nur .SCH in der Version 5. Und wenn ich die mal hier mit Textbearbeitung öffne, so, machen wir das mal in ein neues Fenster, dann sehen wir hier einen ganz gravierenden Unterschied. So, schauen wir mal, kriege ich das jetzt hier ein bisschen größer? Ja, so. Dann machen wir das hier auch nochmal. So, wir sehen also jetzt hier, das ist das File-Versions-Format von der Version 4. Das ist hier einfach so untereinander, das sind verschiedene Felder zu diesen einzelnen Bauteilkomponenten. Und wir haben jetzt hier dieses neue KiCat-SCH-Format. Das ist, wie gesagt, dieses S-Expression-Format. Findet ihr auch hier unter KiCat Development Documentation von KiCat.org. Du hast das genau beschrieben. Gut, für uns als Nicht-Entwickler ist das jetzt nicht so von Interesse. Nur, warum kommt es mir jetzt hier bei deinem ganzen Video drauf an? Durch dieses neue File-Format haben wir jetzt folgendes Problem. Wer also schon mit KiCat 5 gearbeitet hat, der kann von KiCat 5 seine Projekte auf 6 portieren. Das ist kein Problem. KiCat 6 kann die entsprechend konvertieren. Das ist kein Problem. Aber wer Projekte mit Version 6 erstellt, kann sie halt nicht in 5 zurück. Das geht leider nicht. Das sollte man beachten. Wer also jetzt hier vielleicht möglicherweise noch Kunden hat oder Nutzer, Freunde, Bekannte, wie auch immer, die die Version 5 benutzen, der sollte auch vorläufig erstmal noch seine Projekte mit 5 bearbeiten und erstellen. Denn 6 kann halt von 5 nicht gelesen werden, zumindest was das File-Format betrifft. Das erstmal soweit dazu. Neues File-Format. Ganz wichtig. Muss man halt beachten. Und damit möchte ich mich auch schon wieder verabschieden. Ich plane dann für morgen den richtigen Einstieg im nächsten Video, wo es dann mal an die Erstellung von diversen Ordnern gehen soll. Eine Ordnerstruktur, über die wir uns dann auch vielleicht einmal Gedanken machen sollten, wenn man richtig in KiCat 6 einsteigen will. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.